Fine Voices Hörbücher in Serie Dating Queen in 6 Wochen Liebe Von Sophie Luise Bauer Gelesen von Markus Bachmann und Regine Lange Prolog Adminis Foodblog 1. Oktober Hallo ihr Lieben Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt auf alle eure süßen Nachrichten melde Ich brauchte nach dem ganzen Trubel etwas Ruhe Ich denke, ihr könnt das verstehen Ich danke euch für die aufmerksamen Worte und bin gerührt, dass ihr meine Entscheidung versteht Ihr habt mir damit extrem geholfen Mehr als ihr denkt Wenn mir jemand vor ein paar Monaten gesagt hätte dass ich meinen Traumprinzen ausgerechnet in einer Kuppelshow suche Ich hätte ihn für verrückt erklärt Ich, die es nicht einmal im realen Leben schafft, sich zu verlieben Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die ich sammeln durfte Auch wenn es nicht nur schöne waren Ich habe so viel über mich selbst gelernt Ja, Digital Detox kann Wunder bewirken Und nun schreibe ich hier Erschöpft, aber glücklich Denn, dass ich mir bei meiner Suche nach dem richtigen Selbst im Wege stand Ist mir erst während dieses eigenartigen Abenteuers bewusst geworden Wie krass Dennoch ist das mein vorerst letzter Post Ich verabschiede mich damit von euch ins wahre Leben Und wünsche euch allen viel Genuss, ganz viel Real Life Und dass ihr euch so liebt, wie ihr seid Eure Mine Hashtag MinusFoodBlog Hashtag Abenteuer Hashtag DatingShow Hashtag ZumNachtischLiebe Hashtag Liebe Hashtag BeYourself Hashtag BeYou Hashtag Du bist gut so wie du bist Hashtag DatingQueen Dann fick dich doch selbst Presste er zwischen den Zähnen hervor Klaubte seine Sachen zusammen Und versuchte sie so schnell wie möglich an seinen Körper zu tapezieren So fix wie er sich die Klamotten vorhin vom Leib gerissen hatte So rasant stülpte er sie jetzt wieder über Ich musste mir, trotz der eher beschämenden Situation, ein Kichern verkneifen Als er beim Weg in den Flur mit meiner Zimmertür kollidierte Das hatten schon einige vor ihm geschafft Denn diese Tür ging in die falsche Richtung auf Jetzt hatte er den Dreh raus Nahm allerdings in der Diele die halbe Einrichtung mit Etwas viel Scheppern zu Boden Er fluchte leise Und ich vermutete, dem scharrenden Geräusch nach zu urteilen Dass er versuchte, sich mit den restlichen Sachen in der Hand in der Dunkelheit seine Schuhe anzuziehen Was für ein dramatischer Abgang, der seinen Höhepunkt darin fand, dass er im Treppenhaus fast die Treppen herunterfiel Zumindest klang das Getöse im Hausflur danach Sollte ich aufstehen und nachschauen, ob es ihm gut ging? Ich lauschte Dann sprang das automatische Hoflicht an und erhellte meine Dachluke über dem Bett für einen Augenblick Er war wohl auf und ich wieder allein Mit der Frage, warum ich immer an die falschen Typen geriet Ich wünschte mir nichts sehnlicher als eine Beziehung Eine Feste Einen Menschen an meiner Seite, mit dem ich gemeinsam durchs Leben gehen konnte Nicht falsch verstehen Ich kam gut allein klar Aber trotzdem vermisste ich jemanden an meiner Seite, mit dem ich meine Träume teilen konnte Der mir morgens einen Kaffee ans Bett brachte Anstatt dieses mitten in der Nacht Wut entbrannt und Türknallen zu verlassen Nur weil ich nicht mit ihm durch die Laken toben wollte Nachdem er mir eröffnet hatte, dass er eigentlich eine Freundin hatte Mit der er in Beziehungspause lebte Entschuldigt aber, bei sowas war es vorbei mit meiner Libido Ich wünschte mir jemanden, der sich eine gemeinsame Zukunft mit mir aufbauen wollte Keinen, der nach ein paar Wochen Spaß mit mir zurück in den Schoß seiner Freundin glitt Ich zog meine Decke bis zum Kinn hoch und rollte mich darunter zusammen wie ein Embryo Das war irgendwie tröstlich So schlief ich oft ein Jetzt war an Schlaf allerdings nicht zu denken, obwohl ich hundemüde war Denn dieses immer gleiche Hamsterrad, in dem ich mich seit ein paar Jahren mit der männlichen Spezies befand, ermüdete mich Machte mich traurig Machte dich Machte dich